Willkommen wieder mal bei Österreich für auf Reisen. Wie ihr seht, ist es mittlerweile dunkel geworden. Was der Laune keinen Abfluss mehr fehlt. Mittlerweile haben wir auch hier die Sandra. Einen Kommentar von der Sandra. Hallo. Ein bisschen fad. Ich glaube, sie ist schüchtern. Einen Kommentar von Stefan. Meine Freunde, Prost! Trinkst du auf das, was das Zeug hält? Geht schon auf der das Mehtrink macht? Ja, verdammt. Bei der Fette vielleicht jetzt ein Kommentar von der Sandra. Paparazzi! Ich glaube, sie ist schüchtern. Vielleicht mittlerweile ein Kommentar von... Markus M. Pupp! Paparazzi, Papangulo! Paparazzi, Papangulo! Ich glaube, ein Italiener. Du bist eh derjenige wie der Kamerad. Ja! So lange immer, so lange. Italiener wahrscheinlich. Ein Lazio-Fan. Ja! Was? Platz hier rum! Oli! Na guten Eistag! Wie ich auch war, man hat eine Klinik. Sie auch immer... Ich eine Nachricht dazu. 3, 2, 1. Wir sehen uns bald wieder. Bussi! Bussi!